Willkommen zurück zu Farquaip Primal und dann machen wir hier mal sofort weiter gleich mit der nächsten Mission und zwar machen wir Kapal Außenposten, erobere diesen Außenposten, Schwierigkeit, Leicht, Belohnung, mittlere XP, Menge, Bewohner, Dorf, Rohstoffe, Besonderheit, Bonus XP für Schleichen, Schnellreisen und Lager, bla 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 So, dann werden wir da mal ganz spritzig hinrennen Jo, das ist schon mal nicht verfügbar, mal gucken, ob wir hier runterrutschen können Na wunderbar Dann rennen wir da mal, ja, ein Sans sauber spritzisch hin Na komm ja, du Scheiß hier, Alter Na komm Mistfücher, Alter Mach euch alle fertig Na komm, kriegst du auch ratmete Keule Sitz, Alter Erledigt Fähigkeit Erledigt Mann, 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 Mann Hau ab Mistfücher Sind hier nicht bei der Dschungelprüfung Ah, hier geht so geil richtig ab, Alter Kapal Außenpostenort entdeckt Außenposten sind feindliche Lehrer, die von verfeindeten Stimmen kontrolliert werden Ogo sie alle, um Ogo zu ähnelt sich und auch für die Vineyard zu machen Jawohl Machen wir So, da sehe ich schon mal ihn Und da ist auch einer Korbsschuss Ah, der ist ein bisschen zu weit weg Gehen wir einfach mal das da ran Ah, wo sind wir jetzt in hier rinnt Das auch Ena Sehr schön Schmerzlos Und leise So, wo haben wir den nächsten Scheiße Ah, Nacht Ja, ja Die Nacht ist dunkel und gefährlich Die Sicht ist schlecht und viele Raubtürer sind auf der Jagd Erkunde die Welt bei Nacht und entdecke einzigartige Tiere überpflanzen Und Fundstücke Ach, komm, geh hoch Komm her, Alter Geh mal schwimmen, Alter Kleiner Bastard, Alter Kapal, Außenposten, Außenposten, Erobert Du enthältst 500 Not Fucking XP Sehr schön, sehr schön, sehr schön Sehr schön Oh, jetzt Oh, verdammt Oh, was denn das, Alter Oh, feuerlöschen Oh, feuerlöschen Sehr schön, sehr schön Ach, da oben Da oben Bin ich gar nicht gesehen Er hat sich bequem gemacht Körper ablehnen So, das hätten wir Erstmal erledigt Erkunde diesen einzigen Ort Tja Erkunde diesen einzigen Ort Okay Stammeskonflikt töten Ne, Stammeskonflikt töten Finde und töte gefällige Gegner und Durchsuche ihre Überreste Schwierigkeitsmittel Belohnung Waffen Rohstoffe Oh man Fenja helfen Bestie töten Mittel Ähm Gucken wir mal Ja, Raubt Raubtierrudel Die ihre Fenja bedrohen Schwierigkeit Mittel Belohnung Viele XP Und Tierhäuter Ähm Ach komm, wir machen das hier Stammeskonflikt So, wo müssen wir lang Da lang So, wie kommen wir da hin Erstmal hier hochlatschen Boah, nur zwei Pfeile, ey Scheiße Das ist nicht mehr viel Ein bisschen Holz sammeln hier Ein bisschen Holz sammeln hier Scheiß Fischer Da haben wir auch ne Ruhe Oh, ist ja was anderes Fuck Guck mal, du Scheiß Wie jeder brenn Das Tigerfell Guck mal, du Sauer Na, die haben eh nicht, ey Oh, was ist hier los? Na, wo ist der Tiger jetzt umgefallen, ey? ohr scheiße mist das nehme ich natürlich alles mit können wir alle die hier brauchen ich komme ja hier ich hab hier alles wertvolle haut die überbruchungen gebrochen können ja scheiß viel da rennen noch weg egal verdammt scheiß ich brenne wieder man 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 und ab hier mann ist hier ein vielzeug unterwegs ist ja nicht nur noch mal und entdeckt die vernehmer mit so eine scheiße hier lebt auch mal kann ich nicht mal heute noch eine scheiße brennen wieder verjagen ok mache ich mir sagst er hat mir nicht gesagt wo ach da da unten peisker fluss außenposten erobert diesen außenposten schwigkeit mittel warum denn auch nicht und rennen wir da einfach mal hin brennen so die drinnen wieder verdammt kann ich den nächsten und weit herstellen nirgendwo auch nicht auch nicht, auch nicht oh verdammt oh na, tu mal nix, bloß die Karte Dorf Beutetasche, ok ah scheiß drauf oh du, wurde Lagerfeuer entdeckt Höhlenlöwen, auf die Scheiße ach komm mal her, Alter Junge, Junge, Junge so so noch 180 Meter naja, Pfeilenbogen, Alter ist ja richtig wenig, ey jo jo, komm mal mit, du Sau kannst ja nicht schwimmen hm Scheiße, ich hab einfach so wenig Fall und Boom ey, da ist zum Kotzen oh Scheiße, da ist der Gegner ich brauch unbedingt mehr Pfeile oh oh, Scheiße, 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 Scheiße oh oh kriegen sie alle wabitten kriegen sie alle wabitten Knüppel jetzt hier oh, ich muss runter, ich muss runter, ich muss mich heilen oh, jetzt kommt hier die ganze Horde, ey oh 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 komm, hellig komm her, Uzzau komm her, Uzzau oh 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 ich brenne schon wieder, ey ob sei ja ne na los komm der nächste kriegt meinen Fall zu fressen aber verdammt an ihm Mann, 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 fucken die ganze Dorf ab hier Na lach du Mann, Alter alte Kuh, Alter so den zieht ohne erinnern den letzten Mann, alles leer, ey, die gibt's da ja ne hoch hier Oh, was mit nem Knüppel meine Fresse, ey Außenposten erobert Erfolg, freigeschaltete Stadtentwicklung hm Oh, die Dankbarkeit hält sich auch in Grenzen, Onkel Fähigkeit Na, mal gucken, mal Fallbogen, Alter, nur den Schuss, ey Das ist nicht viel Ausruhen hm Kann ich kann nicht nehmen, hm Ach so hm 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 Grünblatt Grünblatt Alter So, Handwerk Was können wir jetzt hier herstellen Den Speer Upgrade 1 von 5 So, zack Sehr schön Dann nehmen wir gleich nochmal ran Stapel nehmen Okay Machen wir nochmal, ach so mehr kann ich nicht nehmen, jetzt halt Gucken wir mal Gucken wir mal, das sieht schon ganz anders aus, ja Bon, geil Ähm, schwer meinig Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, ich schweige mal hier erstmal ab Und sehen uns in der nächsten spritzigen Runde, also haut da rein, bis dann Und dann